Das hat echt funktioniert. Du lernst schnell. Gut gemacht. Was passiert jetzt? Die große Kammer öffnet sich. Pandora. Pandora ist die große Kammer. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Was haben die getan, das an die Werbesammer ist? Verloren! Wessen Echo ist das? Kammerjäger, sieh mal nach. Wo kommt das her? Die? 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 Das ist wild, die? Das ist die Räume. Das ist die Krise, die ohne mich nicht so zu tun. Was ist das? Ja, das ist schon ein Redaktion. Hier ist Fleck. Verstanden. Hier rüber, Killer. Also, ja. Du hast meinen Eridium-Verstärker. Er sagte Typhon de Leon. Unmöglich. Er ist seit Jahrzehnten verschollen, seit er geschworen hat diesen legendären Platon. Necrotafeo! Maya hat mir Geschichten darüber erzählt. Was ist hier los? Pandora ist kein Planet. Es ist die große Kammer. Und Tyreen will das planetengroße Monster im Inneren aussaugen. Der Zerstörer. Er lebt noch. Das meinte Tyreen, als sie gesagt hat, sie würde beenden, was ich begonnen habe. Hier ist noch eine Kammer. Du solltest dich mal darin umsehen, Kammerjäger. Wir brauchen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Es ist nicht die eigentliche große Kammer. Der pandoranische Schlüssel war lange im Besitz der Kalypsus. Sie hätten diese Kammer schon vor Jahren plündern können, haben sie aber nicht. Vielleicht verbirgt sie keine Macht, sondern wissen. Wissen, was sie schon hatten. Wissen, was sie seitdem, ist sie jetzt knapp für den Kalypsen. Man kann sie nicht mehr als es leben. Man kann schon nachdenken, wenn es sie in unserem Leben gibt. Boonee, was sie mit der Kalypsenberatung. Unglaublich! Das Gerät scheint die eridianische Sprache übersetzen zu können Das ist selbst den führenden Forschern auf diesem Gebiet jahrzehntelang entgangen Und ja, damit meine ich auch mich selbst Das muss genauer untersucht werden Komm zu mir zurück, Kammerjäger Wann hast du das denn gegessen? Sehr gut, wenn du zu Sanctuary zurückkehrst, komm als erstes in meinem Labor vorbei Ich denke, dieses Analysegerät könnte ein Teil des Rätsels sein, das ich zu lösen versuche Alle zurück zum Schiff, wir müssen Necrotafeo finden Und den Kammerjäger treffen, mit dem alles begann Das ist das, was ich? Lass uns jagen. Neben dem Ende der Welt hat sich die eridianische Platte in meinem Labor, oder meine Laborplatte, offenbar selbst reaktiviert. Untersucht das Kammerjäger. Die Eridianer überlassen nichts dem Zufall. Vielleicht haben sie eine letzte Nachricht hinterlassen. Ich gebe zu, dass Ästhetik wichtig ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey! Hast du mal einen Dollar? Du hast Feinde. Ich habe Munition. Und was auch brillant die Gedanken alleine bin. Ciao fürs Erste. Unterstützt Läden in der Region. Verkauft bei Marke. Ich hab mich über sie geschlagen. Ich bin derjenige. 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 Mach diese Sache dich so massen. Geh! SDU steht für super duper umwerfend. Du brauchst es einfach. Wenn ich hier noch länger umstehe, setzen meine künstlichen Gelenke noch Rost an. Man kann sich nur schwer an Opfer anschleichen, wenn die Prothesen quietschen. Geht gerade seinen Preis! Erschießen! Jose hat mich an die Zeit, als ich auf jeden drei aufhiel. Das hat wohl etwas mit dem Analysegerät zu tun, das du bei der Kammer mitgenommen hast. Mal sehen, was passiert, wenn du es benutzt. Du, du, der mir zuhört, Äonen nach meiner Zeit. Ich habe diese Worte aufgezeichnet, auch wenn mein Verstand unter der Last meiner Taten zerbricht. Finde meine Worte und erinnere dich für mich an ihre Wahrheiten. Denn ich bin diejenige, die den Zerstörer in Ketten gelegt hat. Ich bin die Mörderin der Eridiana. Ich bin Nuriad. Unleserlich. Ich verstehe kein Wort. Also gibt es Necrotefejo wirklich? Ich dachte, das wäre ein Mythos. Ich auch. Vor Jahrzehnten verschwand Typhon de Leon auf einer Expedition zur Heimatwelt der Eridiana spurlos. Anscheinend hatte er sie doch gefunden. Tyreen sagte, der Zerstörer wäre bald frei. Er wird den Planeten von innen heraus zerreißen. Wenn Typhon de Leon weiß, wie man Pandora retten kann, müssen wir ihn finden. Ich hätte nie gedacht, das mal zu sagen, Killer. Aber nimm Kurs auf Necrotefejo. Ich habe mich schon gefragt, wo ich die Hennen habe. Hast du die Ecocast-Dekalypsus gesehen? Die sind auch tödlich durchgeknallt. Hörgerag Long zwar mitkriegen und degenerat依 hab Sango auf einen khi in viertナ добрös Shit zu Dünen. Okay, das würde schreck werden, Leute. Festhalten. Pfeiftwann Heilige Scheiße. Necrotafejo. Das ist also der Heimatplanet der Eridiana. Nach all der Zeit. Worauf warten wir noch? Kammerjäger, ab nach unten mit dir und finde Typhon de Leon. Die Landekapsel ist bereit, pass da unten auf dich auf. Die Landekapsel ist bereit. Tja, ihr habt das Richtige wegen Maya getan und diesen Bastard Troy getötet, aber das ist noch nicht das Ende des Abenteuers. Ich weiß, ich habe über Pandora abgelästert, aber es ist immer noch meine Heimat. Wir müssen sie retten. Atlas soll sich endlich zusammenreißen und den Krieg gewinnen. Auf geht's Radar. Schluck, ab nach unten mit dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Lässt du Halt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tja. Kammerjäger, wir verfolgen Typhon de Lyons' Echo-Frequenz und schicken dir die Koordinaten. Das ist alles zu viel. Erst war Pandora die ganze Zeit über eine Kammer und jetzt haben wir die Heimatwelt der Eridiana gefunden. Du wirst bei Typhon de Lyon persönlich begegnen. Ach, das schreit nach einem Nickerchen in meinem Saurianer. Schreit nach einem Schreit. Malewon ist auch hier, Lilith. Ihre Leichen verrotten. Woher wusste Malewon von Nicotafeo? Bleib wachsam, Killer. Ohne Flut kannst du nicht leben. Die lokale Fauna hatte wohl was dagegen, dass sich Malewon hier häuslich einrichtet. Kümmer dich darum, Killer. Wir müssen den Leon finden. Lass das Blut fließen! Lass das Blut fließen! Lass das Blut fließen! Hey, Coyote! Sieht aus, als wollte Malewon ein Cataride einrichten, bevor sie gefressen wurden. Vielleicht kannst du Energie von diesem Kramfeld umleiten. Das ist eine natürliche Sache. Aber deiner war aufregend. Wo kommt das her? Wuhu! Ein Cataride auf dem legendären Planeten Nekrotefeo! Genial! Jetzt kannst du mit Stil beide Leon vorfahren! Oh, da bin ich wieder zäh und erholt. Ich hab mich nur mit dem Teufel De Leon mit Eridianer Forschung beschäftigt. Wenn jemand weiß, wie man das Universum rettet, dann er. Das ist meine Schuss! Die blendende Banshee. Sie kreischt, sie blendet. Sie kann dich persönlich nicht leiden. Drei gute Gründe, um sie zu töten. Irgendwie haben die Kalypsus erfahren, dass der Zerstörer in Pandora eingesperrt war. Das war von Anfang an ihr Ziel. Sollte Tyrene den Zerstörer aussaugen? Tja, du bist, was du isst. Bereit loszulegen? Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Oh hey, ich hätte beinahe diese Klappslip-Mission vergessen. Ich soll jemanden finden, der beim Debatten des Spiels Destroyer of Worlds helfen kann. Ich habe eine lange, verschollene Kopie des Spiels auf Nicotarfeo geordnet. Finde sie und stecke sie in dein Gecko-Gerät. Vielleicht funktioniert sie noch. Oh. Was ist das? 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 Ich bin vieles, aber nicht feuerfest. Was ist das? 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 Ja, das ist das. Was ist das? 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 Herzlich willkommen, Helm. Ich glaube, du kannst mit dem Typen da sprechen, um anzufangen. Ich glaube, du kannst mit dem Typen da sprechen. Ich glaube, du kannst mit dem Typen da sprechen. Ich glaube, du kannst mit dem Typen da sprechen. Ich glaube, du kannst mit dem Typen da sprechen.